Moin liebe Julis. Morgen ist Landeskongress und ich will, dass du dabei bist. Politik betrifft nämlich jeden von uns. Sei das in der frühkindlichen Bildung, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im späteren Berufsleben, im Sportverein, in der Feuerwehr, zu Hause. Es ist völlig egal. Politik betrifft uns überall. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, dass Politik keineswegs langweilig sein muss, dass man unglaublich viel Spaß zusammen haben kann, dass man sich für eine Sache engagieren kann, dass man dafür sorgen kann, dass sich etwas verändert und da machen wir morgen weiter. Morgen ist Landeskongress. Ab 9.30 Uhr in Neumünster im Kick-In geht's los mit der Anmeldung. Wir haben spannende Debatten vor uns. Wir wählen unsere Bundeskongressdelegierten. Wir müssen für den Landesvorstand nachwählen. Also euch erwartet eine ganz, ganz, ganz große Menge an Sachen, die wir da morgen machen. Deshalb macht morgen den ersten Schritt. Kommt zum Landeskongress. Ab 9.30 Uhr Anmeldung im Kick-In in Neumünster. Ich freue mich auf dich.